Das Healthy Athletes Programm ist ein Gesundheitsprogramm, das praktisch parallel zu den Special Olympics weltweit läuft, wo mehrere Disziplinen dabei sind. Das geht von Hören über Augen, Sehen und unser Bereich oder mein Bereich ist Special Smiles, also das ist der Zahngesundheitsbild. Wie viele Ärzte und Ärztinnen arbeiten da freiwillig mit? Ich habe freiwillig 17 Ärzte, es gibt niemand Unfreiwilligen, aber es sind 17 Zahnärzte, die sozusagen für diese Zeit ihre Ordination zumachen und für Special Smiles, Special Olympics und für mich hier arbeiten. Was motiviert die? Die gute Sache und dass ich in ihrer Praxis auch ohnehin Menschen mit mentaler Behinderung behandeln, dass sie gute Erfahrungen mit ihnen haben und ich muss sagen, das ist etwas, was sicher vom Menschlichen her den Horizont schon erweitert und es ist ein unheimlicher Spaß, muss ich sagen.